Der Radnabenschleifer hat einen Innendurchmesser von 90 und einen Außendurchmesser von 150 Millimeter. Die Schleifscheibe wird mittels Klett am Grundkörper befestigt. Der Grundkörper selbst ist aus hochfestem Aluminium gefertigt, somit wird der Gefahr von Rissbildung bzw. Zerstörung bei Benutzung mit Schlagschrauber vorgebeugt. Der Halbzolleinsatz oben ist in Stahl ausgeführt, um eine längere Lebensdauer zu erreichen. Im Lieferumfang sind der Grundkörper und eine Schleifscheibe enthalten. Untertitelung des ZDF, 2020